Ich glaube, auch hier ist ein kleiner Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Und die Geschichte von diesem kleinen Jungen, die erzähle ich euch jetzt. Peter Pan, bist du da? Ich bin ein kleiner Junge, der nicht erwachsen wird. Und keine Fingern hat ihn mit Sternenstaub gestreut. Und dann blieb er ein Kind und fand er wie ein Vogelfliegel. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. All die Kinder, die dich einmal sahen. Dann wollen so sein wie du, all die schönen Dinge tun. In dem Land ist immer was, und niemand steht in der Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Und du fliegst mit den Kindern an der Frau. Zu Indianern und Vieh, zum Piratenkapitel. Kapitel, Gott im Wunder, brav und teuer, die. Wenn du ihn suchst, mit seinen kleinen Freunden, dann komm mit. In das Land der Zwang. Und du musst nur an etwas Wunderschönes denken. Und Peter Pan, wird dir den Mut zum Fliegen schwenken. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. All die Kinder, die dich einmal sahen. Wollen so sein wie du, all die schönen Dinge tun. In dem Land, das viele Erwachsenen, die wir finden. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Und du fliegst mit den Kindern an der Frau. Zu Indianern und Vieh, zum Piratenkapitel. Und Abenteuer, die. Kommt es Angst bei dir an, vielleicht ist es Peter Pan. Männchenland, von Peter Pan. Nimm uns mit dir in dein Männchenland. Männchenland, von Peter Pan. Und seine verlochten Kinder. Dankeschön! Dankeschön, ich bin jetzt zu zweierer Elke.